Herzlich Willkommen hier in unserem Showroom bei Mediatek in Litzelkirchen. Servus Gerde. Servus Harry. Es ist laut, ich höre viel, aber wo kommt es her? Bei uns sind in der Decke Lautsprecher integriert und zwar sogenannte Flachmembran-Lautsprecher. Die sagt man ja gar nicht, gell? Genau, weil die sind nämlich in die Decke eingeputzt. Das ist eine Wabenstruktur und außenrum ist ein Rigipsplatten. Das heißt, das ist ein bekannter Baustoff, das kann man einem Trockenbauer geben, der sieht nur eine Rigipsplatte und schraubt die hin und kann die ganz normal verspachteln, verputzen und dann streichern und man sieht sie nicht. Und es gibt auch, wenn man jetzt keine glatte Decken hat, verschiedenste Oberflächen wie Lochplatten, Faserplatten. Es gibt sämtliche verschiedene Varianten. Das heißt, für einen neuen Besprechungsraum, wo man sowieso so wenig wie möglich sehen möchte, ideal, ich kann das Ding integrieren, brauche irgendwo eine glatte Fläche, schraub das Ding fest und dann schaut es aus wie der Rest und man hat wirklich Lautsprecher ohne, dass man es senkt. Genau, also wenn die aus sind, dann fällt niemand auf, dass da Lautsprecher sind. Cool. Ein bisschen mehr Tiefdruck gibt es da auch was dazu, weil es Bass ist immer das Thema meistens. Es gibt eine Tieftonerweiterung, das ist ein Subwoofer. Das Einzige, was da ist, da ist halt ein kleiner Schlitz zum Senken, weil der Druck vom Bass auch irgendwo hin muss. Aber im Endeffekt auch fast unsichtbar. Fast unsichtbar, ja genau. Tollen Decken-Lautsprecher. Genau, und gibt es auch, wenn man jetzt zum Beispiel Chore-Riegel-Decken hat, gibt es auch für Mauerwerk oder Beton, da gibt es dann eine entsprechende Installationsbox dazu. Die kann man dann da einbauen und dann wird in die Installationsbox die Flachmembran einbaut. Das heißt, ich kann die nahezu überall verbauen und man seht es einfach nicht. Genau. Cool. Und dass Sie die Lautsprecher richtig gut anhören, von dem könnt ihr euch hier bei uns im Showroom überzeugen. Und was wir jetzt nächst haben, das seht ihr beim nächsten Video. Servus. Servus.